ELV – Kompetent in Elektronik Hallo liebe Community, da sind wir wieder, der Thorsten und der Holger und wir haben was Spannendes für euch mitgebracht. Ja, am 22.03. um 18 Uhr machen wir wieder ein schönes Seminar, eine ELV-Kampagne zum Thema Mediola All-in-One-Creator-Neo. Was ein Zungenbrecher, ne? Es ist eine Visualisierungssoftware, die sich verbinden lässt mit unserem Homematic IP Access Point oder aber auch mit der CCU3. Und eben auch ganz, ganz vielen anderen Herstellern. Ja, also es ist tatsächlich nicht nur Homematic IP kompatibel. Ja, und was ganz Besonderes haben wir dann für euch mitgebracht. Es gibt nämlich was zu gewinnen. Genau, in Zusammenarbeit mit der Firma Mediola haben wir ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Wir wollen einige Lizenzen von Mediola, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden sind, mit euch verlosen. Und dazu von Holger vielleicht mehr. Ja, es gibt eine Basic Lizenz, eine Advanced Lizenz und einmal den Automation Manager als Lizenz. Und das ist nicht alles. Und das ist nicht alles. Jeder Gewinner bekommt zusätzlich dann auch noch den Homematic IP Skin, sodass die Logos, die Buttons, die Knöpfe, die Schalter eben so in diesem klassischen Homematic IP Design sind. Ja, und einfach bis zum Ende dem Seminar folgen. Wir werden dann Zufallsgenerator laufen lassen und gucken, wer von euch dann eben diese Preise entgegennehmen darf. Genau, und ihr müsst nichts anderes dafür tun, als euch kostenfrei auf der ELV-Seite anmelden. Einfach ELV-Seminare, kostenfrei das Seminar bis zum Ende besuchen und mit etwas Glück gewinnt ihr einen dieser drei tollen Preise. Wir freuen uns auf euer Kommen.